nein oh gott aber bringt halt auch nicht immer so die amiibo das direkte ergebnis das muss man das das darf man auch nicht vergessen also okay dann fahren wir mal runter und natürlich direkt wieder mit bowser hinfort katzen poli prinz okay natürlich wieder direkt mit bowser in seiner mist wut gestalt wie soll es auch anders sein und bin raus was nein nein warum geht denn das da unten so lang das ist aber nicht gesund hier dann wollen wir mal gucken dann müssen wir das jetzt wieder ein bisschen anders machen und uns ein bisschen bisschen helfen lassen katzen poli prinz war wohl nicht die bombe das haben wir schon mal ja es ist es ist schon weitaus weitaus einfacher wenn man hier diese katzen amiibo halt hat das ist es einfach so okay die müssten die können wir auch schon mal holen haben wir hier noch irgendwas wenn wir jetzt fast in die in die lava rein gewatzt ich weiß jetzt nicht ob ich das hier gut finde okay ja das ist ja das ist ja schon mal sehr praktisch das wird da auf jeden fall dann wieder zurückkommen aber irgendwas ich weiß nicht warum aber irgendwas störte mich hier noch mal irgendwas ist ja da da auch noch drunter aber wie soll man denn da bitte hinkommen das kann ja schon irgendwie nicht nix taugen mal gucken dio da ist ja hier ist soweit nichts auch Ich hab mir noch ne Katzenmünze. Oh Gott. Okay. Da haben wir alles. Okay. Das klappt. Oh. 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 Perfekt. 5 Katzen-Insignien-Stücke haben wir schon mal. Perfekt. So. Das ist auch der. Hallo. Oh. Der böse Katzenboser. Katzenboser. Wutboser schon wieder weg. Moment. Sekunde bitte hier. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Wir müssen uns da hier auch ein bisschen. Oh. So. Ein bisschen umsehen. ÄH ... Oh Mist. Oh ****! Oh ****! Oh ****! Oh ****ın! Oh ****! Ok stopp, 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 little close to the window. Und zurück, zurück, zurück! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, oh Gott, oh Gott, oh, Gott, oh Gott, oh, Gott. wie kann man wie kann man nicht gegen kämpfen bitte ok hier lässt sich gar nichts machen vielleicht irgendwie ok jawohl bam und noch mal na komm schon bam was ne blechbüchse ok sehr schön hinfort katzenbully prinz ok mal schauen hier weil da war ja oben auch noch irgendwas ja sind wir gerade mal noch bei dem bei dem oh was ist das denn hier schönes das kann man ja noch eben auflösen hier jetzt sehen wir noch nicht was es ist ah war hier nur so nur ein item nur ein item nicht weiter relevant oder so das ist schon mal sehr gut so den haben wir was ist denn da hinten passiert achso ja genau der war ja noch übrig der war auch noch übrig äh ähm d 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 Da können wir gerade eben hier runterspringen. Und hier gerade mal gucken. Hä? Wie geht das denn? Ach, Sekunde. Ah, Gottverdammt nochmal. So. So. Drehen, klettern, strahlen. Zip. Okay. Ja, dann gucken wir es gerade nochmal hier mit... Haasi! Ist aber auch hier ehrlich ein bisschen gesagt ein bisschen gefährlich hier, ne? Joa! Nee! Oh nein, 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 nein. Oh, irgendwas stimmt mit Haasi nicht, Mann. Ah. Wir kriegen den noch. Fangenhasen im Ödland. Sehr schön. Ja, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So. Warte mal, geh gucken. Höh, höh. Ob wir hier noch irgendwas haben? Aber wir haben ja nichts mehr. Hä? Auf Bergfeuer-V. Oh, okay. Wir hatten die grüne, ähm, ne, hatten wir nicht. Ist ja jetzt auch wieder alles ein bisschen anders, ne? Natürlich. Auch mal ein sehr interessantes Level-Design. Wirklich. Höh. 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 Oh. Bäm. Höh. verstehe 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 okay es ist es ist wirklich sehr einfach sehr also mit der mit der katzen haben ihn wohl bemerkt okay musste dann noch irgendwie wie es hier weitergeht so geht hier weiter ja cool okay das ist geil was ist denn da noch am himmel los da ist ja auch noch voll viel an münzen und sowas so haben wir das jetzt auch erledigt aber hier ist ja noch hier ist ja noch bestimmt irgendwo irgendwas genau hier haben wir das bildchen noch sehr schön das sammeln wir natürlich mit ein haben wir hier noch lava ne haben wir nicht ich war ein idiot ein idiot gegen die zeit tollkühlen in die lava ah ah bela warum spielst du das alles mit der amiibo darum okay wenn er meint nein oh gott aber bringt halt auch nicht immer so die amiibo das direkte ergebnis ne was muss man das das darf man auch nicht vergessen also es macht das spielgeschehen an sich zwar ein bisschen einfacher aber halt auch nicht alles da gibt es ja auch noch weiß gott ein paar ein paar ähm jane unterschiede ach achso das war das mhm 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 warum ja du sagst dann sind das jetzt hier die wutblöcke als nächstes Und das kann jetzt eigentlich auch gar nicht mehr lange dauern Bis hier der Wut-Bowser wieder um die Ecke kommt Was haben wir hier eigentlich noch alles? Kann mich jetzt zum Beispiel gerade nicht erinnern, damit gefahren zu sein, ehrlich gesagt Ach, man macht ja auch gar nichts Ja, dann ist er langweilig Oh Gott Komm Mach auf hier Danke So Zerstöre die Wutblöcke Und Damit haben wir jetzt auch hier Das letzte Mal Den Turm aktiviert Sehr schön So muss das sein Perfekt Okay Welchen haben wir denn dann jetzt noch? Einer müsste ja dann jetzt noch übrig sein Das war Mein ich der hier oben irgendwo Der hat alle Der hat die Flagge Der hat auch Der auch War der da unten? Mein ich doch Ach nee, der da hinten Der da ganz hinten Der war's Das war der, der noch gefehlt hatte Hier Ach, das sind da genau Das waren die Katzen Die Katzen Babys Was haben wir hier noch Schönes? Hoch Oh Das war's Ich glaube das war's Ich glaube Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Bis zum nächsten Mal.